Wir sind bei Sugar Creek Railroad. Also doch Railroad, ja? Ja. Ach, stimmt. Sugar Creek, ja. Es gibt keine weiteren Insassen, merke ich gerade. Nee, nee, da ist man alleine. Alles klar. Ich habe gerade bemerkt, dass ich in der Folge von gestern sehr, sehr schnell geredet habe. Geht. Nee, das weiß ich nicht. Du redest eigentlich immer so. Ja, aber wenn man das nicht hören kann und deswegen noch zurückspulen muss, dann ist das doch relativ nicht im Sinne des Erfinders. Und ich bin drin. Wir gucken uns das jetzt mal alles an. Ich kann nicht runterspringen. Loser Dienstwagen, sag ich schon. Loser Rollwagen. Da könnten wir, wenn wir drei Brechstangen finden, laut dem Zettel hier vorne. Oh, Leute, ich darf da vorne nicht rein. Oh, Leute. Hast du mir leid? Einzelhaft. Nee, ich bin weg hier. Was brauchen wir denn dafür? Kann ich das? Nee. Übrige Zeit. Achso, wir haben nur die... Oh, wir haben nur diese kurze Zeit Zeit. Merke ich es gerade. Was war ein Bull? Süchtig nach dir. Der bekloppte Bobby hat eine bekloppte Idee, dass er mit den richtigen Wehrzeugern einen Enterhaken herstellen kann. Auf das Dach des Wagens steigt und sich auf dem... Äh, auf was? An ein vorbeiziehendes Gerüst haken könnte, um hier zu entkommen. Ja, das sind diese drei Ausbruch-Tipps, die in diesem Kapitel wohl kostenlos sind. Ja. Du weißt halt nicht, wie viel Intigenz haben wir denn. Intigenz, mhm. Intigenz. Zehn. Nach der Aussage haben wir nur noch zehn. Mh, 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 mh. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich war hier. Ich war hier. Nein! Opa! Alles klar. Brechstange brauchen wir, ne? Ähm, ja. Eine Brechstange habe ich schon. Kann sein. Wenn das einer Tipp war. Loser Dienstwagen, Mehrspieler-Tipp, ja. Also hört zu, wenn du ein Brecheisen beschaffst... Okay, wir brauchen ein paar Brecheisen, ja. Aber wie viele? Drei, glaube ich. Ich bin in der Meinung drei. Nein! Als ob du hier reinkommst, deine Mama! Sehr, sehr schön. Ach, ich hatte alles. Ich war einfach der Pro. Oh nein, ich komme hier! Was? Ja, okay. Okay, Uschi, lass mal kurz neu starten. So, okay. Also Ziel wäre vielleicht, ähm, damit wir das relativ einfach haben, einfach einen Mach-Bahn umzuboxen. Also zwei Wässer. Dann können wir uns vorne nämlich ohne irgendwelche Komplikationen aufhalten. Ja, hier hinten ist einer ganz alleine. Ihr könnt wohl umboxen eigentlich. Nein! HoSeit-Loot mich, loot mich, loot mich, loot mich! Ich war da vor im Tot, loot mich! Ja, ich hab halt Medikit und so. Hab den Schlagstock aber nicht bekommen Das macht nichts Schlagstock ist nicht so wichtig Kann ich mich jetzt mal umziehen bitte? Danke Ah, ich muss den Schlagstock anziehen Wäre der Plan einfach nur drei Brechstangen erstmal Oder wie hast du gedacht? Ja, würde ich sagen, oder? Brechstangen waren das, ne? Brechstangen, ja, drei Stück Ach man Ja, eine Brechstange habe ich Aber ich brauchte ich hier ganz vorne Also relativ weit vorne Weil du eine Tür aufziehen musst für mich Zweite Brechstange Ja, okay, dann geh ich kurz durch Ja, machen wir mal die Tür auf Oder so Ja, es muss ja nur einer hier rein Okay, habt ihr dritte Brechstange, alles klar Nach offen? Nein, nein Oh, nein Einmal zu viel E gedrückt Gut, dann können wir jetzt eigentlich nach ganz hinten Und uns freimachen Man könnte auch, glaube ich, ähm Zu zweit vorne alles umhauen Und dann dem Zugführer Bescheid sagen Uns, glaube ich, irgendwo rauszulassen Ja? Ja, ich glaube, ja Vielleicht du bei Lokomotiv 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 Können wir ja dann eventuell Äh, danach nochmal ausprobieren Lock ihn rein Kämpfe zusammen Pass auf Okay, haben wir ihn, nice Ist halt er so? Nichts Willst du noch kurz warten? Gib mir mal die Brechstange Schon mal Ja, ich geb dir eine Dann kann ich schon mal anfangen Achso, drei Brechstangen sollten die Verbindung trennen Okay, dann kannst du eine schon mal reinhauen Und dann die letzte erst Ah Wenn die Wenn der Kollege Bob hier abgeholt wird Ja, alles klar Würde ich sagen Ja, klar So wie jetzt Quasi Ja, noch ein Brecheisen Hä? Ne, wir können auch von kommen Drück mal von kommen Ne, da Ich muss die ausgerüstet haben Okay Ja, ach Mensch, Uschi Ja Ja Das ist es Zur Grenze Wo ist die Grenze? Äh Wähl eine Richtung und renn los Okay, Norden Nein, Süden Alles klar Ja, das ging ja, ne? Ähm, die Naja, gut Wollen wir nochmal versuchen Das andere Ending? Ja Ich glaube, dann müssen wir uns noch Ganz, ganz vorne durchschlagen Und dann, ähm Hoffen, dass das was wird Ja, böllere ich gleich Den hier vorne schon mal um Ja, und ich gehe hinten Und, äh, gehe nach vorne Und, ähm Böllere den da um Sonst lock ihn her Dann können wir wieder zusammen Hab ihn Oder auch nicht Lass Pull erst mal einen raus Würde ich machen Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Warte kurz Okay, das Mikrofon Na und, ah Wollte eigentlich Klatschen so Aber nein LOL Sehr schön Du hast einfach nur LOL gesagt LOL Alle an Bord? Alle Was wollte ich sagen? Aber nice Das war Eigentlich easy Irgendwie Das war Duse Lokomotive Okay Okay.